Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem LIMI, dem Literaturmittwoch. Ich finde, das ist eine tolle Abkürzung. Hast du eine sehr schöne Idee gehabt. Wie immer bin ich am Literaturmittwoch, genau wie am Freitag auch, nicht alleine hier, sondern ich habe den lieben Kollegen Michael Rohrlich hier an meiner Seite über mir sitzen. Wie immer am Literaturmittwoch hat der junge Mann ein Hoodie auf, weil er ist ja cool. Hallo Michael, wie geht es dir? Was soll ich jetzt noch sagen nach der Einleitung? Natürlich kann es ja nur gut gehen nach der Einleitung. Ja, Hoodie-Tayn-Limi, du hast es schon gesagt. Wir besprechen heute auch mal wieder ein Buch, wovon wir diesmal kein Exemplar bekommen haben. Du hast es gekauft, glaube ich. Nee, ich habe es schon nicht von Ewigkeiten, aber vor allem gekauft, bevor wir überhaupt hier angefangen haben. YouTube-Videos zu machen. Ich vermute, der Verlag hätte mir auch ein Rezensionsexemplar zukommen lassen, so berühmt-berüchtigt, wie wir mittlerweile sind. Aber ich habe es gekauft und habe es auch nicht bereut bis jetzt. Das kann ich schon mal als vorwegnehmen. Okay, also diesmal kein Rezensionsexemplar, sondern von eigenem Geld gekauft. Wir haben keine Einflussnahme von Seiten des Verlags oder von den Autoren, kriegen keine Vergünstigung, wollen keine Rabattcodes verkaufen, gar nichts, sondern wir sprechen über das Buch, zu dem du jetzt wahrscheinlich mal umschaltest. Genau, wir schalten mal hier auf meinen Bildschirm um. Ich bin jetzt hier auf der Webseite des Hansa-Verlages, von denen ist nämlich dieses Buch. Es gibt ja in Deutschland gar nicht mehr so viele Computerbuchverlage. Den Rheinwerk-Verlag haben wir ja an anderer Stelle schon mal erwähnt. Und Hansa ist ein Riesenverlag, wenn es um Belletristik, um Romane geht. Auch ganz stolz darauf, dass der ein oder andere Literatur-Nobelpreisträger auch in der Vergangenheit bei Hansa veröffentlicht hat und veröffentlicht. Und es gibt so ein kleines gallisches Dorf innerhalb des Hansa-Verlages, die sich mit IT-Büchern oder mit nicht-belletristischen Sachbüchern beschäftigen. Und ich würde sagen, die IT-Abteilung im Hansa-Verlag ist klein, aber fein. Disclaimer, vor über zehn Jahren habe ich bei denen auch mal ein Buch veröffentlicht, ist aber schon wirklich sehr, sehr lange her. Und bei denen ist eben auch dieses Buch erschienen, Praxisbuch ISO IEC 27001 mit der Unterüberschrift Management der Informationssicherheit und Vorbereitung auf die Zertifizierung zur DIN ISO IEC 27001 aus dem Jahre 2017. Inklusive E-Book. Das finde ich in der Tat sehr, sehr schön beim Hansa-Verlag, wenn man das Buch auch in der Buchhandlung bei sich ums Eck kauft. Man muss dieses Buch also weder bei Hansa direkt bestellen, noch beim großen A bestellen. Man kann in die Buchhandlung gehen. Ich vermute mal, die meisten Buchhandlungen werden dieses Buch nicht unbedingt vorrätig haben. Selbst mit einer größeren IT-Abteilung ist es nicht selbstverständlich, dass dieses Buch vorrätig ist. Wahrscheinlich wird man es oft bestellen müssen, aber innerhalb von einem Tag ist es ja in der Regel dann auch in der Buchhandlung vor Ort. Dann kostet das Ganze als gedrucktes Buch 69,99 Euro und auf der Seite 1 oder 2 oder 3 ist ein Code eingedruckt. Mit diesem Code geht man auf die entsprechende Webseite und dann ist man in der Lage, sich dieses Buch entweder als EPUB oder als PDF herunterzuladen. Man darf das zweimal machen, das herunterladen. Wenn man also es zweimal heruntergeladen hat, zweimal versehentlich seine PDF-Dokumente gelöscht hat, dann hat man ein Problem. Ich glaube, wenn man eine nette E-Mail an den Verlag schreibt, dann kann man das Problem nochmal lösen, aber grundsätzlich, man hat eben zwei kostenlose Downloads für die E-Book-Variante. Wer sagt, ich brauche keine toten Bäume zu Hause, der kann es auch nur als E-Book kaufen, dann hier beim Verlag für 54,99 Euro entweder als EPUB-Version oder für 54,99 Euro als PDF-Version. Wenn ich es richtig verstanden habe, beim Kauf muss man sich dann allerdings entscheiden, ob man es als EPUB haben will oder als PDF. Jeweils für die Version, die man beim Kauf sich entschieden hat, kann man im Nachgang nicht mehr umswitchen. Ich habe es noch nie gemacht, von daher weiß ich nicht, vielleicht rede ich auch gerade dumm tüch, aber bei der gedruckten Version kann ich es zweimal herunterladen, zweimal als PDF, zweimal als EPUB oder einmal als EPUB, einmal als PDF. Dann sind meine zwei Freischüsse quasi aufgebraucht. Aber jetzt genug der ganzen Sache, man kann sich hier im Übrigen auch eine Leseprobe herunterladen und ach doch, eine Sache müssen wir noch zum Preis sagen, 69,99 Euro. Das ist gelinde gesagt ein Schnäppchen, weil man auf den letzten 30 Seiten, 40 Seiten die Dean im Original abgedruckt hat, wenn auch relativ klein, kann man gleich was dazu sagen, wenn auch relativ klein, aber sie ist abgedruckt. Man bekommt also die Original-DIN-Norm hier in diesem Buch und muss sie nicht noch einmal extra beim Beuth Verlag kaufen, wenn man denn die Original-DIN-Norm lesen möchte. Der junge Herr Rohrlich hat nämlich vorhin mal nachgeguckt, was die DIN-Norm 27001 in der deutschen Sprachfassung einzeln beim Beuth Verlag kostet. 98 Euro und 30 Cent, genau, in der 2017er Ausführung, das ist die aktuelle wohl, die auch hier in dem Buch abgedruckt ist. Genau, man schlägt hier quasi zwei Fliegen wieder mit einer Klappe. Die gesamte Norm plus Erläuterungen dazu und das Praxishandbuch ist auch, glaube ich, genau das, nämlich ein Buch von und für Praktika. Die ganzen Autoren Brenner, Felde, Hommel, Metzger, Reiser und Schaf, die wir hier der Vollständigkeit halber nochmal nennen, haben ihr gesammeltes Wissen zusammengetragen. Und vielleicht noch ein paar Hard Facts, ist die dritte Auflage inzwischen aus Dezember 2019 mit rund 280 Seiten. Also für den Preis von knapp 70 Euro ist das wirklich mehr als in Ordnung, zumal man eben, wie gesagt, die Norm dazu bekommt. Und was ich wirklich sehr spannend finde an dem Buch, man bekommt quasi hier nicht nur ein Werk, was einem die Norm näher bringt und das Ganze drumherum erläutert, sondern man hat auch immer sozusagen auf eine etwaige Prüfung, die man dann vielleicht ablegen möchte oder auf eine Zertifizierung hier, Beispielfragen quasi am Ende eines jeweiligen Kapitels und kann sich so auf eine Prüfung, auf eine Zertifizierung eben vorbereiten, was ich sehr, sehr schön finde an dem Buch. Wirklich einen ganz enormen Praxisbezug und allein deswegen finde ich das schon auch gerade zu dem Preis schon sensationell. Ja, also man muss natürlich jetzt das Ganze immer so ein bisschen in den Rahmen setzen. Also dieses Buch, würde ich jetzt mal sagen, ist ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema. Ich bin jetzt auch kein Superspezialist mit der 27001, also bitte da auch nicht falsch verstehen. Es ist ein sehr, sehr solider Einstieg. Man bekommt wirklich praxisnahe Beispiele auch erläutert. Man kann mit dem Buch direkt arbeiten. Man bekommt die einzelnen Abschnitte der DIN-Norm, der ISO-Norm, Entschuldigung, sehr, sehr gut erläutert. Man bekommt auch Fragen, mit denen man sich auf die Prüfung vorbereiten kann. Aber selbst wenn man sich gar nicht auf die Prüfung vorbereitet, dann bekommt man nochmal so eine Eigenevaluation im Sinne von, habe ich das denn wirklich verstanden? Weil gerade solche Normen sind ja doch manchmal so ein bisschen trocken, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Der Jurist hat mit sowas natürlich keine Probleme, aber der durchschnittliche ITler wird denken, muss das denn alles sein? Und man bekommt dort aber ein sehr, sehr gutes Verständnis für diese Normen und man bekommt eben auch ein Gespür dafür, was ist denn damit noch gemeint und wie sind denn auch Fragen zu interpretieren, wenn man sich denn dann dafür zertifizieren lassen möchte. Und es wird auch der Bezug zu anderen Normen gesetzt. Das finde ich eben auch sehr, sehr spannend, weil die ISO 27001 ist ja nicht im leeren Raum. Es gibt auch eine ISO 27000, es gibt eine ISO 27004 und so weiter und so fort. Und wie stehen die denn alle quasi in Zusammenhang? Und was ich auch sehr, sehr angenehm finde, dass es zum Schluss quasi alle Prüfungsfragen, die auch innerhalb des Buches schon mal waren, aber quasi zum Schluss gibt es sie nochmal komprimiert auf 25 Seiten etwa, sodass man, naja, wie wenn man sich auf eine Führerscheinprüfung vorbereitet, dort quasi nochmal alle Prüfungsfragen durchgehen kann, ohne dass man das komplette Buch nochmal irgendwie Seite für Seite durchblättern muss. Und dort hat man dann eben nochmal die Möglichkeit, sich das Ganze anzuschauen. Das finde ich sehr gut. Und die 27001 wird ja hier nicht nur quasi eingeordnet in diese ganze 27er-Normenreihe, Familie möchte ich mal sagen, sondern es wird ja auch noch quasi Bezug genommen und gegenübergestellt auf andere ISO-Normen, ISO 9000er zum Beispiel oder BSI Grundschutz oder auf die TISAX oder auf COVID oder auf ETIL, auf verschiedene andere Frameworks, wenn man so will. Und dann hat man mal die Vergleiche, die direkte Unterschiede, Gemeinsamkeiten und kann das Ganze mal ein bisschen einordnen. Wer also sich dem Thema ISO-Normen 27000 generell mal überhaupt nähern will und das Ganze mit anderen vielleicht schon bekannten Frameworks einstufen will, der wird hier fündig. Das finde ich sehr, sehr schön. So trocken das jetzt klingt, allein vom Druckbild her, also mal abgesehen von den Inhalten, die wirklich gut sind, aber allein vom Druckbild her, es ist sehr luftig gedruckt. Es ist durchzogen von Checklisten, Tabellen, Grafiken, Diagrammen und so weiter. Also es lässt sich sehr gut aufnehmen. Es ist jetzt nicht 280 Seiten nur Fließtext, sondern es ist wirklich schön aufbereitet, dann nachher mit den Fragen nochmal und so weiter. Also es ist schon gut gemacht und für den Preis finde ich es auch wirklich anständig. Ja und es ist auch, wie ich finde, ganz angenehm gemacht, dass jetzt nicht irgendwie der Mengentext über 17 Seiten geht, nur zu einem Thema, sondern es sind immer so, wie nennt man das so schön neudeutsch, Wissensnuggets, die die einzelnen Bereiche besprechen, sodass man sich gut in das Thema einarbeiten kann. Man auch schon Grundlagen hat, um das dann im eigenen Unternehmen in der Behörde umzusetzen und natürlich man auch hier schon gutes Wissen bekommt, um gegebenenfalls die dazugehörigen Prüfungen dann ablegen zu können, was eben sehr, sehr sinnvoll ist. Nochmal kurz vielleicht zur Einordnung. Also möglicherweise arbeitet man selber in einem Unternehmen, welches sich nicht zwingenderweise an die ISO 27001 Handel halten muss, also aufgrund von juristischen Vorgaben. Also wenn man unter die Kritisverordnung fällt, dann muss man sich halt hier an derartige Vorgaben halten. Wenn man nicht unter die Kritisverordnung fällt, dann wird man zumindestens, mein Wissensstand, von niemandem gezwungen, sich an die ISO 27001 zu halten. Es sei denn, es gibt irgendwelche Compliance-Vorgaben, vielleicht von einem amerikanischen Unternehmen, Mutterkonzern und so weiter und so fort. Aber qua Gesetz nicht. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man sich nicht daran halten muss, ist es ja durchaus möglicherweise mal sinnvoll, sich Teile der ISO 27001 anzuschauen und die für das eigene, vielleicht viel, viel kleinere Unternehmen zu adaptieren. Um dann, wenn man eben über das Thema IT-Sicherheit im eigenen Unternehmen, Schrägstrich in der eigenen Behörde redet, dann quasi ein Werkzeugkasten an der Hand zu haben, der mit der ISO 27001 vielleicht ein bisschen was von Kanonen auf Spatzen schießen hat. Aber da kann man sich ja sehr, sehr viel von ableiten, auch für kleinere Unternehmen. Und deswegen finde ich die ISO 27001, wir haben das in einer anderen Buchbesprechung schon mal gesagt, auch interessant für Firmen, Behörden, die sich nicht zwingenderweise daran halten müssen. Und auch dafür ist dieses Buch, weil es eben so leicht verständlich ist, ein gutes Buch, um sich in die Thematik reinzuarbeiten, um sich dann die Dinge, der Norm herauszupicken, von denen man sagt, die ist für unser Unternehmen, unsere Behörde sinnvoll. So, der Monolog ist beendet. Genau. Also ich würde noch so zwei, drei Kritikpünktchen anbringen. Das sind eher, sag ich mal, eher Wünsche, die ich äußern würde, vielleicht für eine nächste Auflage. Und zwar, man sieht hier im Bild, da wird Bezug genommen auf die Datenschutz-Grundverordnung, also speziell auf den Punkt des Datenschutzes, wobei es ja primär eben kein Datenschutzthema ist. Den würde ich mir noch mehr ausgebaut wünschen. Der ist doch sehr dünn ausgefallen. Insgesamt würde ich dem Werk noch mehr Tiefe wünschen, dass er noch tiefer reingeht. Es ist natürlich eher vielleicht was für den Start, aber es könnte durchaus noch mehr Tiefe vertragen, also ein bisschen mehr Umfang. Und was ich dann bei der nächsten Auflage mir echt wünschen würde, wenn Sie die Norm schon abdrücken, dann bitte auch so, dass man es gut lesen kann. Also nicht dieses kleine, warum auch immer, ohne Not, finde ich, sondern man hätte es ja größer ziehen können so ein bisschen noch. Das ist zwar nicht viel, aber es würde dann doch ein bisschen was rausreißen, sodass man es einfach besser lesen kann, wenn man die Norm schon abdrückt. Das wären meine Wünsche, meine fünf Cent für die nächste Auflage. Möglicherweise vermessen, aber so bin ich halt. Ja, alles gut. Den Kritikpunkt, dass es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Tiefe haben könnte, den gehe ich mit. Also gar nicht mal so sehr im Sinne von mehr Tiefe, würde ich auch sagen, aber vielleicht noch ein bisschen Praxis näher. Also im Sinne von möglicherweise, was manchmal vielleicht ganz gut ist, auch wenn man so eine Norm rechtfertigt, anderen gegenüber ist. In folgenden Situationen hätte es geholfen, wenn man die Norm angewendet hätte. Also das Kind ist in den Brunnen gefallen. Es wäre nicht in den Brunnen gefallen, wenn man Folgendes gemacht hätte. Das wäre sicherlich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle noch ganz schön. Und wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch ein paar Verweise gäbe, muss gar nicht mehr in diesem Buch sein, aber vielleicht auch Verweise auf andere Stellen, auf andere Literatur, auf andere Quellen, wenn es dann wirklich um die praxisnahe Umsetzung der IT-Sicherheit geht. Also wirkliches Doing, dort nochmal quasi dann nochmal den einen oder anderen Hinweis zu haben. Den letzten Kritikpunkt will ich ganz kurz erörtern, den du gegeben hast, weil wenn man den so losgelöst hat, versteht man den vielleicht nicht. Wenn man sich so eine ISO-Norm kauft für knapp 100 Euro, dann ist diese ISO-Norm dafür ausgelegt, dass man sie sich eigentlich auf einer A4-Seite ausdruckt und dann in einen A4-Ordner abheftet. So kenne ich es zumindest. Und jetzt haben wir hier in diesem Büchlein, was so ein bisschen größer als A5-Format ist, haben wir eine A4-Seite, die jetzt hier in dieses Format gequetscht ist. Das heißt, die Schriftart hier ist, ich habe es jetzt nicht ausgemessen, vielleicht eine 7-Punkt-Schrift, die dann noch übrig bleibt. Also wer eine Lesebrille braucht, der sollte sie auf jeden Fall anziehen. Also die Arme einfach nur weit genug weghalten, reicht hier nicht mehr aus. Also das ist sicherlich, also da wäre es schön gewesen, wenn das alles noch ein bisschen größer wäre. Ich befürchte, dass es dafür Gründe gibt, die in juristischer Natur liegen, im Sinne von der herausgebende Verlag hat gesagt, so oder gar nicht. Aber ich weiß es nicht. Ist eine Vermutung. Das Schöne am E-Book ist ja, man kann ja größer machen. Genau, bei dem E-Book muss man jetzt großziehen. Genau. Kleiner Tipp. Okay, damit sind wir am Ende des heutigen Videos und der heutigen Besprechung zu diesem Buch angelangt. Ich gehe nochmal zurück auf die Webseite Praxisbuch ISO IEC 27001 aus dem Hansa Verlag. Wenn euch diese Buchbesprechung gut gefallen hat, wenn euch der Literaturmittwoch, der Limi gut gefällt, dann seid doch so nett, gebt uns einen Daumen nach oben. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, dann seid bitte so nett und abonniert ihn. Und darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht auch noch den ein oder anderen Buch oder die allgemeine Literaturempfehlung habt, mit der ihr vielleicht selber arbeitet, die ihr für gut findet, die ihr vielleicht auch nicht gut findet. Und das bitte unten mal in die Kommentare hineinschreibt. Michael, habe ich was vergessen? Nein, natürlich nicht. Alles gut. Gut, in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Veröffentlichung und natürlich auf den nächsten Literaturmittwoch. In diesem Sinne bleibt uns alle herzlich und freundlich gewogen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.